Warum tust du, was du tust? Warum tue ich, was ich tue? Das ist eine gute Frage. Ja, ich komme an und für sich aus dem Lande, also das heißt, ich komme ganz genau vom Lande, habe an und für sich gelernt Landwirt, also ich bin gelernter Landwirt, und mir waren schon immer Dinge wichtig, die einfach die Masse nicht macht. Das heißt, ich habe ganz früh schon angefangen zum Motorrad zu fahren, ich bin dann jahrelang Speedwrennen gefahren, also das sind etwas Sportrandarten, das, was keiner richtig macht. Ich habe dann angefangen zum Paragliden, das war es auf 85, 86, da waren wir die Ersten, das war sowieso interessant, also es waren Herausforderungen, die einfach anders sind. Und ich habe dann zu diesem Zeitpunkt gleich mal angefangen, die ersten Hochseitgärten zu bauen, also wir haben die ersten Hochseitgärten in Balfa gebaut, und dann ist das Ganze weitergegangen, 1998 habe ich dann einen richtigen Tiefpunkt gehabt, das heißt, ich habe eine Verletzung gehabt, wo ich eine Infektion dazu gekriegt habe, durch diese Verletzung habe ich einmal mein komplettes Leben umstrukturiert, also ich habe einfach komplett anders gemacht, wie alles andere. Ich bin dann in die Gesundheitsbranche gekommen, sportlich habe ich mich dann natürlich noch einmal richtig aufgeraucht, das heißt, ich war insgesamt zwölfmal beim Dolomitenmann dabei, also vom Anfang bis 2006, 2006 war ich das letzte Mal dabei, und dann haben wir natürlich die Fliegerei, der ganze sportliche Bewerb, der hat mich immer irgendwie fasziniert, ich habe einiges erreicht, und die Seminarschiene hat mich einfach immer so begeistert, dieses Umsetzungsprozess, das heißt, ich bin dann aus wirtschaftlichen Gründen auch, habe ich mir dann einiges aufgebaut, und da habe ich gemerkt, reden bringt nichts, das heißt, Fakt ist, ich muss immer etwas tun, und ich bin einfach eine Tour, und habe in meinen letzten 40, 45 Jahren sicherlich einiges geschafft, wo natürlich mit Höhen und Tiefen, das ist ganz normal gewesen, und spezifisch jetzt möchte man noch richtig auf die Seminare konzentrieren, das heißt, wirklich Leute zu zeigen, dass sie alles erreichen können, was sie wollen, das ist eigentlich mein Tun, und ich bin an und für sich immer erreichbar, das heißt, ich bin wirklich frühmorgens erreichbar, dann habe ich mein Handy weg, das heißt, ab 9 Uhr bin ich meistens Handy frei, also Handy fast, oder wie man das in der modernen Zeit sagt, und natürlich aufgrund meiner Arbeit, das heißt, sportliche Betätigung, also alles, was man halt so macht, also ich tue von Radfahren, Klettern, Bergtut gehen, Paragliten, so ziemlich alles, alles, was mir Spaß macht, und wie es die Wetterlage passt.